Hohoho, ich kann es kaum erwarten. Ich bin richtig kribbelig. Ich freu mich schon vor allem. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend. Danke dir auch. Bis dann, tschau. Wie geht's dir, Max? Mir geht's gut. Ich freue mich drauf, dass das Album in null Uhr rauskommt und dieser ganze Stress und der ganze Scheiß der letzten Monate. Wir haben alles selbst gemacht, der ganze Druck endlich von den Schultern ist. So. Ansonsten bin ich nicht nervös. Ich bin aber auch nicht scheiß auf alles drauf. Ich bin fokussiert. Was machst du, Alter? Ich mach Support, Dicker. Ich bin Machi. Und ja, bin gleich mit Taylor on Stage. Seit wann kennst du, Max? Also, Ken ist ja relativ. Persönlich würde ich sagen, jetzt ein paar Jährchen. Jetzt gar nicht so lang und intensiv, aber er war ja auch auf meinem letzten Album drauf, 2021. Aber ich kenn Mach als Mach1 schon ewig, Digga. Ich hab am Releasetag vom Meisterstück 1, war ich bei Beatles mit zwei Homies. Wir haben das schon gekauft damals. Davor natürlich schon, auch wenn ich es nie hatte, die letzten um so einen Scheiß gepumpt, Buzzworks. Also man hat Mach immer gehört. Und was ist das für dich heute ein besonderer Abend und so lange Zeit, man macht, auf der Bühne zu sein? Ja, also besonders ist es auf jeden Fall. Aber das Musikmachen fand ich schon besonders genug. Und jetzt so ein Stage zu sein, ist natürlich, ist eher, wie soll ich sagen, die haben gefragt, dass man sofort am Start mit euch steht. Kreuzberg und Gomorra. Gerne auch mal richtig gemeinsam, weißt du? Komm wir drängen eine Runde, ich rappe selten, Mann, ich zelebriere, Hass für den Staat, für die Gangliebe. Ich bin nur einer, doch ich steh für viele. Wir drängen eine Runde, durch die Szene und dann geh ich wieder. Von dem Mächte-Gerster, versteht mich niemand, bleibt mild, in den Äschen ist mir viel lieber. Komm wir drängen eine Runde, mein Füße bleibt hart wie steig. Gegen Bonk, nur Nazi frei, wie an jedem ersten Tag im Mai. Wir drängen eine Runde, also dreh das ab und mach Deutschland wach. Kommt das laut in eurer Stadt, bis in die deutsche Stadt, auf mein Kopf wäre kappt. Was geht? Woran erinnerst du dich, wenn du noch One Day bist? Oh, an schlimme, schlimme Zeiten. Chaos, Drogen und Alkoholexzesse. Ich erinnere mich ehrlich ungern, ungern an Macht. Es ist, ähm, ja, es ist mit Trauma und, ähm, Angst verbunden und, ähm, es war schrecklich schön. Also, ich, ich vermisse die Zeit. Wie hast du ihn kennengelernt? Boah, Alter, ich weiß nicht, ich glaub, der war schon immer da einfach. Gibt's was, worauf du dich heute Abend freust? Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Du hast die Auffassung gemacht, ich weiß nicht. War das? Nein. Scheißer, der Metallhöh, keine Vorbeide, wo du wohlfst. Wir schmeißen mit Fäkalien, no more, in dieser reine Stadt aus Wolf, und wundernlos. Warum es so nach Pisse riecht? Bevor du in der Kiste liegst, genießt du die Hysterie dieser untergehenden Zivilisation. Ein letztes Mal, das hört sich dramatisch an. Komm, halten wir den Atem an und warten dann. Ja, 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 ich bin Eko, du sechs aus Kreuzberg, drei, sechs. Dieser Gruß geht raus an meinen Bruder, an mein Abi, Mach One, den ich seit über 25 Jahren kenne. Denk dran, Marianstraße, das letzte Loch, Baby, Baby. Gruß geht ran an die ganzen Bassbox, an Akte One. Das ist Eko, auf Eko macht man erstmal den Highschlag. Highschlag, highschlag. Dieser Gruß geht raus an Mach One, mein Bruder, danke, happy für den Release. Endlich ist der ganze Stress vom Tisch und wir können endlich mal wieder Moves machen. Erstmal atmen, ne? Erstmal atmen. Geid, geid. Erstmal atmen. Mich darfst du nicht fragen, ich hab's erlebt. Frag die anderen, die es erlebt haben und an der Bühne. Für uns war's super, für uns war's super. Also, danke an anderen. Hate is the great, it's you. Es ist nicht, mein Job gut auszusehen und eure Uhr zu zahlen. Meine Jungen stauen die Farbe und gehen uber privaten. Jeder Tür für stehe, der mich geldt und liebt. Warum flieg ich immer raus? Bist du auch recht zu mir? Du hast einen Zettel am Biefen, Kasten, denn du warst nicht hier und sparsst. Du zieh'n eine schnelle Morgen im Kiosk gegen Liebe ab. Was kann ich nicht, das ist noch lange nach der Wettbüro. Mit Frau, die die kommt, wird's gut, wenn die Klett verschloss. Ja, ich bin Woody. Liebe Grüße an Mach und Mortis. Wird ein schöner Abend, ich glaub, die treten heute auf. Wie lange wartest du schon? Ich warte schon, ja, mein ganzes Leben auf dieses Album. Ehrlich? Ja, schon. Wie gefallen dir bis jetzt die Tracks so, die rausgekommen sind? Vom neuen Album gefallen mir die Tracks sehr gut. Schlesi hab' ich grad noch mal hier auf dem Weg hierher gelassen. Ja, sehr schockierender Track und den mit Mortis find' ich auch sehr gut. Den find' ich sehr verstörend. Gute Texte, gute Lines. Aber wirklich auch, ja, grenzwertig, aber schön. Ja, das muss auch Hip-Hop liefern können. Und das muss man als Rezipient auch abkönnen. Guck mal, wie wir klarkommen mit der Welt. Lass uns etwas Schönes kapott machen. Guck mal, wie wir klarkommen mit der Welt. Lass uns noch mal mit der Ficken gehen, bevor wir Schluss machen. Guck mal, wie wir klarkommen mit der Welt. Lass uns etwas Schönes kapott machen. Guck mal, wie wir klarkommen mit der Welt. Lass uns doch mal mit der Ficken gehen, bevor wir Schluss machen. Boah, weiß ich gar nicht mehr. Wie es zu dem Song gekommen ist. Mach hat mich angerufen und hat gesagt, taktlos ist drauf, ob ich auch Bock habe. Und wer bin ich, dass ich da Nein sage? Klar, nicht Bock. Ja. Wie hast du ihn kennengelernt? Im Hof. Ne, ich glaube nicht. Also könnte sein, aber ich glaube nicht. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich ein Album mal von ihm abmischen las. Und das war auf jeden Fall geil. Wir haben so in einer Straße gewohnt, Mariannenstraße. Und da war quasi nur ein Block zwischen uns. Und da bin ich dann immer rübergelaufen. Er hat Pause gemacht, es ist zu seiner Mutter hoch. Und ich bin in meiner Wohnung. Und dann hat er ein Album von mir gemischt. Das weiß ich noch. Aber wie wir uns kennengelernt haben, das muss irgendwie wahrscheinlich Hip-Hop-mäßig was gewesen sein. Boah, Diggi. Erstaunlich stabil dafür, dass wir es nicht gepumpt haben, Bruder. Ich habe Mach kennengelernt in der Bar. Und ein Kollege von mir hat gesagt, guck mal, da hinten ist Mach One. Und dann dachten wir, weil er Rapper ist, müssen wir ihn erstmal an den Tisch setzen und ihn ein bisschen testen. Es hat so ausgesehen, dass ich ihn unterdrücken wollte. Aber er hat es direkt gecheckt, dass ich eigentlich tief im Inneren etwas Gutes habe, so wie er es bei allen macht. Und ja, das war es eigentlich schon. Nächste Frage. Achso, ich bin Gera Berlin und kauft alle mein Album, was irgendwann in fünf Jahren erscheint. Gera, Gera, blerr, blerr, blerr. Ich wach mit nasser Hose auf und erbrech wieder Bock auf Daktum. Ich geh ballern. Schlag zu weg mir keiner, was ins Glas tut. Hück auf Ruhe, zurück, bei Kevin hält der Rastum. Rastum mit der Arme. Ich sag dir jetzt den Sarg zu. Wie hast du Machi Kegel gehört? Der ganze erste Radio-Hits von früher ging alle nur noch um sich. Weiß ich nicht, Alter. Ich kenne den Typen schon ewig, Alter. Aber auf jeden Fall hat er wieder ein richtig krasses Kunstwerk hingeliefert. Und heute war ein verdammt geiler Abend, Machi, auf dich. Ich habe leider kein Bier mehr, ich muss mit Energy anstoßen, Alter. Aber ich liebe dich, Bruder. Ich liebe dich. Ein schöner Abend, Machi, Alter. Feier dich. Geiles Album, geiles Kunstwerk. Künstler Nummer eins. Mein Machi hier drin. Acht, schreib dein Buch. Acht, schreib dein Buch. Acht, schreib dein Buch. Acht, schreib dein Buch. Ich weiß es nicht. Wer hat das geliegt? Das hat uns immer geliegt. Acht Jahre hat das Album gedauert. Nein. Es hat nicht acht Jahre gedauert. Wir haben nur acht Jahre keine Musik, also kein Album mehr rausgebracht. Vor fünf Jahren haben wir angefangen an dem Album zu arbeiten, oder mit der Idee, ist die Idee geboren. Und jetzt haben wir das Ding fertig, jetzt kommt es raus. Jetzt bin ich zufrieden, das ist ein Monster. Bestes Mal, One Album Ever. Schwöre. Wollt ihr frocken? Schwöre. Das war ein wundervoller Abend. Es waren Legenden auf der Bühne. Und dann bin ich wieder runtergegangen. Und dann kamen die anderen Fiescher-Gäste. Nein, happy release, machi, Alter. Fress oder stirb. Ab jetzt. Kauf oder stirb. Fuck you. Von wo seid ihr gekommen? Ich kaufe auf Whisky Allee. Ich wohne zwischen Lippe und Zwicke. Wie lange verfolgst du schon mal? Seit ich 30, 13 bin derzeit. Und wie alt bist du jetzt? Ja, der Hater. Hater. Ja, Fakt. Man wartet sieben Jahre, man wartet zehn Jahre, man wartet auch mal 15 Jahre. Alles gut. Hauptsache, der Junge bringt wieder neue Sachen. Ich glaube, das ist auch mit das spannendste Release seit Meisterstück 2, glaube ich. Weil es einfach wieder ein richtiges Machealbum ist. Was gefällt dir am meisten bei mir? Seine Ehrlichkeit. Dass er viel Reales aus seinem Leben erzählt und nicht so viel Bullshit wie die meisten anderen Rapper. Es geht in mir lieb' noch. Doch, tatsächlich. Veränder erstes schon. Ich habe mit 14 angefangen. Ich habe es damals 2002 mitbekommen. Und da Bassboxstein gewonnen. Ja, 20 Jahre. 20 Jahre schon? Tatsächlich, ja. Und wie hat dir der Arm gefallen? War mega, wirklich. Also, Machi, hast du wieder abgerissen. Es geht in mir lieb' noch. Es geht in mir lieb' noch. Der Planet dreht sich weiter. Es geht in mir lieb' noch. Es geht in mir lieb' noch. Es geht in mir lieb' noch.